WDR Zeitzeichen Stichtag heute, 15. Februar 1932. Reichspräsident von Hindenburg gibt seine erneute Kandidatur bekannt. Hindenburg wählen, Hitler verhindern. Schlagt Hitler, wählt Hindenburg. Das ist die Parole. Darauf läuft alles hinaus. Im Frühjahr 1932 bei der Wahl des Reichspräsidenten der Letzten der Weimarer Republik. Hitler oder Hindenburg. Das liest man in Zeitungen und Anzeigen blättern. Das steht auf mannshohen Plakaten, die sich Wahlwerber um den Leib geschnallt haben, um damit als wandelnde Litfaßsäulen durch die Straßen zu marschieren. Das hat man auf Bänder und Fahnen gedruckt, die an Lastwagen, den sogenannten Wahlautos, flattern. Hindenburg oder Hitler. Für alle diejenigen, die Hitler verhindern wollten, war eines klar. Sagt der Historiker Wolfram Püther. Der Einzige, der einen Reichspräsidenten Hitler verhindert, dann ist Hindenburg. Wenn Hitler antritt, und dafür spricht alles, wird er gewählt. Die Nationalsozialisten sind die stärkste politische Kraft schon 1932. Mit diesem Argument war Reichskanzler Brüning, einem Zentrumsmann, also gemäßigt rechts, im Vorfeld des Wahlkampfs das Erstaunliche gelungen. Er schaffte es, im zerstrittenen und von Parteien gezänk verpesteten Reichstag eine breite Anti-Hitler-Koalition zu schmieden. Schlagt Hitler, wählt Hindenburg. Das war auch die Wahlprohle, die für die Sozialdemokratie argumentativ überzeugend war. Tatsächlich schlägt Hindenburg Hitler. Zwar erst im zweiten Wahlgang, dann aber deutlich. Auf Hindenburg entfallen 53 Prozent, auf Hitler knapp 37. Für einen kurzen historischen Moment sieht es aus, als sei der Mann an der NSDAP-Spitze, wenn nicht gestoppt, so doch zurückgestutzt. Aber bekanntlich dauert es kein Jahr, bis Paul von Hindenburg Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernennt. Wie war das möglich? Die These, dass der über 80-jährige Reichspräsident senil und altersschwach war, nur noch eine Marionette in den Händen seiner Berater und Einflüsterer, die haben Historiker längst überzeugend entkräftet. Was war es dann? Eigentlich will Hindenburg gar nicht mehr, 1932, als seine Amtszeit als Reichspräsident abläuft, nach sieben Jahren. Immer öfter zieht er sich im Vorfeld aus der Hauptstadt Berlin auf sein Gut in Ostpreußen zurück, verbringt Zeit mit Kindern und Enkeln, geht auf die Jagd. Hindenburg ist keiner, der sich an das Amt klammert, um das Amt des Willen, weil er keine anderen Möglichkeiten gehabt hätte, sich selbst zu beschäftigen. Das ist nicht der Fall. Aber dann wirft er doch noch einmal seinen Hut in den Ring. Am 15. Februar 1932 tritt er mit seinem Entschluss an die Öffentlichkeit. Warum tut der Mann sich das an? Immerhin, er ist fast 85. Hindenburg ist jemand, der politisch gestalten will. Natürlich weiß er, dass sein Alter ihm nicht gestatten wird, eine weitere siebenjährige Amtszeit vollständig zu absolvieren. Aber er möchte seine Nachfolger bestimmen. Das ist das Entscheidende. Hindenburg ist ein Herrscher, eine Herrscherfigur, schon im Ersten Weltkrieg, ohne ein Amt innegehabt zu haben. Und diese Hoheit über die Grundsatzentscheidungen möchte er nicht aufgeben. Man darf nicht vergessen, das Amt des Reichspräsidenten ist das wichtigste Amt. Die Weimarer Republik ist eine präsidiale Demokratie. Was bedeutet, der Reichskanzler wird nicht vom Parlament, dem Reichstag, gewählt. Sondern die Auswahl des Reichskanzlers, also damit des Regierungschefs, ist alleiniger Aufgabe des Reichspräsidenten. Seit 1925 eben Hindenburgs. Hinzu kommt noch, dass er Oberbefehlshaber der Armee ist. Dass er den Reichstag praktisch aus jedem Grund auflösen kann. Dass er das Notverordnungsrecht besitzt. Anfang 1932 hat Hindenburg bereits ein Jahr lang versucht, einen Nachfolger nach seinem Gusto für dieses Schlüsselamt im Staat zu finden. Das gelang ihm nicht. Also muss er wohl oder übel noch einmal selbst kandidieren. Wobei er davon ausgeht, dass ihm eigentlich dieses Amt zu Füßen gelegt wird. Aufgrund der Dankbarkeit gegenüber seiner Person. Seit der Schlacht von Tannenberg, Ende August 1914, wird der charismatische, väterliche Autorität ausstrahlende Feldmarschall verehrt wie kein Zweiter. Obwohl er erst ankam, als die Schlacht schon fast losging. Geplant hatten sie andere. Hindenburg hat den Sieg dann als seinen verkauft. Und wurde zum Idol, erzählt die Historikerin Anna von Golds. Also Hindenburg ist schon sehr schnell nach Kriegsausbruch zu einer Figur geworden, die sich wirklich auf allen nur erdenklichen Produkten wiedergefunden hat. Also es gab, glaube ich, 150 verschiedene Zigarrenmarke Hindenburg. Es gab Bierkrüge, Aschenbecher, Mundharmonikas, die dann an die Soldaten an der Front geschickt wurden. Teilweise wirklich auch in bizarrer Form. Also es gibt dann Hindenburg-Schmieröl, Hindenburg-Leberwurst, Hindenburg-Brillgestelle. Es gab eigentlich Hindenburg-Figuren in allen nur erdenklichen Größen. Eine erstaunliche Entwicklung. Hindenburg, der bis 1914 den meisten Deutschen völlig unbekannt war, hat damals innerhalb kürzester Zeit den Kaiser als Repräsentationsfigur symbolisch verdrängt. 1918 sogar tatsächlich. Er hat dafür gesorgt, dass Wilhelm II. politisch entsorgt wurde. Er hat ihn ins Exil in die Niederlande gedrängt, was natürlich in eklatantischem Widerspruch steht zu seinem öffentlich dargestellten Image, dass er ein treuer Diener der Monarchie gewesen sei. Auch deshalb scheut Hindenburg 1932 zunächst den politischen Wettbewerb. Er fürchtet, dass Gegner, die um seine Rolle bei der Abdankung des Kaisers wissen, diese Leiche in seinem Keller ans Tageslicht zerren. Am Ende gibt er nach. Aber Contre-Cœur, Widerwillen? Eines erzürnt ihn vor allem und empfindet er als persönlichen Affront, dass er nur dank der von Heinrich Brüning geschmiedeten Anti-Hitler-Koalition von Mitte rechts bis Oh Schreck Mitte links gewinnen kann, weil die extreme Rechte völlig zerstritten ist und nicht ihn unterstützt, sondern zwei eigene Kandidaten aufgestellt hat, den Stahlhelmmann Düsterberg und Adolf Hitler. Aber Hindenburg kann darauf nicht verzichten, um nicht die Hoheit über die künftigen Entscheidungen aus der Hand zu geben. Deswegen tritt er an, nicht um sieben Jahre als Reichspräsident weiter zu amtieren, sondern um die Rechte dazu zu bringen, sich unter seinen Bedingungen zu sammeln und zu einigen. Wie einst im Kriege die Not des Vaterlandes alles Trennende aufhob, beruft sich Hindenburg in einer Wahlkampfrede im Radio auf den Geist von 1914, freilich ohne die Millionen von Toten zu erwähnen, die dieser Geist zeitigte. Und die Massen des Volkes, gleich, ob sie der Arbeiterschaft, dem Landvolk oder dem Bürgertum angehörten, in gleicher Weise hingebungsvoll ihre Pflicht getan haben, so gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass Deutschland sich zu einer neuen Einigkeit im Gedanken an das Vaterland zusammenfindet. Das klingt versöhnlich, zu einer Zeit, da ideologische Gräben durch Deutschland verlaufen. Kommunisten gegen Monarchisten, Pazifisten gegen paramilitärische Stahlhelme und auch schon das Verschwörungsgeraune vom Weltjudentum. Putschversuche und andauernde Regierungswechsel, Straßenkämpfe und Saalschlachten. Der Streit um die Reparationen aufgrund des Versailler Vertrags, schließlich die Wirtschaftskrise. Millionen ohne Lohn und Brot. Hindenburg-Biograf Wolfram Püter stellt allerdings klar, dass die Hoffnung des Reichspräsidenten auf eine vaterländische Eintracht aller gar nicht zielt. Hindenburgs zentrale politische Vorstellung ist die Vorstellung einer Volksgemeinschaft, die aber exklusiv ist. Viele sind ausgeschlossen. Sozialdemokraten. Für die neben der Nation noch andere internationale Solidaritätsbekundungen hinzukommen. Kommunisten. Die der verlängerte Arm der Sowjetunion sind. Katholiken. Von denen Hindenburg glaubt, sie seien Rom und dem Papst loyaler verbunden als der deutschen Nation. Hindenburg versteht die Volksgemeinschaft als ein nationalistisches Projekt. Nicht als ein Projekt, wie es auch Demokraten wie Friedrich Ebert oder Theodor Heuss verstanden haben, wo ungeachtet der sozialen Zugehörigkeit von der Arbeiterschaft über die Handwerker bis zu den Unternehmern alle die Idee der Volksgemeinschaft sich verpflichtet fühlen, die also offen ist, die inklusiv gedacht ist. Hindenburg hat ein exklusives Verständnis von Volksgemeinschaft und das bedeutet, es gibt immer ein Feindbild. Politik in der Weimarer Republik ist gefährlich, konfrontativ. Das ist eine Grundkonstante, nicht nur bei Hindenburg. Es gibt Freunde, es gibt Feinde, nichts dazwischen. Politische Feinde sind auszugrenzen. Und im Falle von Hindenburg, sie sind politisch auszuschalten mit allen Mitteln. Und deswegen hatte Hindenburg überhaupt keine Bedenken, Hitler den Weg in die Diktatur zu ermöglichen, weil für Hindenburg der Weg in die Diktatur bedeutete, dass die aus seiner Sicht antinationalen Kräfte von der politischen Bildfläche verdrängt wurden. Hindenburg wählen, Hitler verhindern. Den Slogan vom Frühjahr 1932 vergisst der Reichspräsident scheinbar sehr bald nach seiner Wiederwahl. Genauer, er setzt sich über den Wählerwillen hinweg. Denn für sein Projekt einer vaterländischen Sammlung ist Hitler der rechte Mann zur rechten Zeit. Warum? Hitler verfolge eine Doppelstrategie, sagt Historiker Pyther. Teil 1. Er will aus den aus seiner Sicht verführten, in die irregeleiteten Anhänger der Kommunisten und Sozialdemokraten, er will sozusagen aus diesen Marxist durch verseuchten, in Anführungszeichen, die will er integrieren. Hitlers Partei ist eine Partei, die sich ausdrücklich an die Arbeiterschaft auch wendet. Und die soll sozusagen national bekehrt werden. Und genau das ist für Hindenburg attraktiv, weil er genau weiß, dass eine bürgerlich-konservative Partei wie die Deutschen Nationalen natürlich nie die Arbeiter glaubhaft überzeugen kann. Teil 2. Linke, Oppositionelle und Kommunisten werden ausgebürgert oder ins Konzentrationslager deportiert. Die Organisationen der Arbeiterschaft zerschlagen. Mit brutaler Gewalt, mit terroristischer Gewalt. Die Führer werden verfolgt, von SA-Haut massakriert, umgebracht. Da gibt es nichts. Da gibt es seit Februar 1933 keine Hemmschwelle mehr. Der Reichspräsident schaut zu. Hat er kein Problem mit. Das wissen wir, weil es einen gibt, der ihn noch erreicht hat. Der Rechtsanwalt Fritz Schäffer. Bis zu ihrer Auflösung auf Druck der Nationalsozialisten Vorsitzender der Bayerischen Volkspartei. 1944 in Dachau interniert. Später Finanzminister im Kabinett Adenauer. Er hat gesagt, die Sozialdemokraten haben Sie doch wiedergewählt, Herr Reispräsident. Das sind doch patriotische Menschen. Friedrich Ebert. Die haben doch im Ersten Weltkrieg ihre Knochen für das Vaterland hingehalten, Herr Reispräsident. Sie können doch nicht zulassen, dass die jetzt für vogelfrei erklärt werden. Aber Hindenburg lässt es zu. Er hat das gesehen, gewusst und hingenommen, weil er der Auffassung war, dass die Zerschlagung der Sozialdemokratie und des Kommunismus eine Grundvoraussetzung dafür war, dass seine Vorstellung von einer exklusiven nationalistischen Volksgemeinschaft von Hitler realisiert werden könne. Am 21. März 1933, knapp zwei Monate nach der Machtübergabe an Hitler, reicht der Reichspräsident dem Reichskanzler die Hand vor den Augen der Weltöffentlichkeit bei der pompösen Eröffnung des Reichstags in der Garnisonskirche in Potsdam. Ende Februar hatte der Reichstag in Berlin in Flammen gestanden. An diesem Tag schließen Hitler und Hindenburg einen symbolischen Bund. Denn entscheidend ist, dass Hindenburg und Hitler Reden halten und übereinkommen, dass auch in einem neuen nationalsozialistisch geprägten Staat Hindenburg noch als Symbol weiterleben wird. Als große verehrungswürdige Gestalt, als Felder des Ersten Weltkriegs, da kann Hindenburg von Hitler nicht abgelöst werden. Am 2. August 1934 stirbt auf Gut Neudeck um 9 Uhr morgens Reichspräsident Paul von Hindenburg. Exakt eine Stunde später macht die Regierung in Berlin ein neues Gesetz bekannt. Das Amt des Reichspräsidenten wird mit dem des Reichskanzlers vereinigt. Infolgedessen gehen die bisherigen Befugnisse des Reichspräsidenten auf den Führer und Reichskanzler Adolf Hitler über. Bei einer nachträglichen Volksbefragung kurz darauf stimmen 90 Prozent der Wähler der Zusammenlegung der Ämter zu. Den Leichnam Hindenburgs lässt Hitler vom Familienstammsitz überführen zum Denkmal der Schlacht von Tannenberg, wo Hindenburg mit nationalsozialistischem Prunk beigesetzt wird. Toter Feldherr, geh nun ein in Walhall. Verabschiedet sich Hitler von dem Mann, der einst antrat, ihn zu schlagen, ihm dann aber die Macht übergab. Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die erneute Kandidatur des Reichspräsidenten von Hindenburg, die er am 15. Februar 1932 bekannt gab.